Musik Na bravo, schmutzig und bunt Ey hier, verhältnismäßig komplett besoffen, wir haben jetzt auf meinem Super-Handy 19.10 Uhr Ja, ich hab noch nichts gefilmt heute, ich wollte gerade Hallo sagen Ja, hallo Hier, auf dem Sufam dranne sein, heute ist wieder auf dem Sufam dranne sein Ich wollte eigentlich so eine Graffiti-Ausstellung, irgendwas, so ein Künstler Zeig gleich nochmal das Foto Hier, was ich nicht getrunken habe, kann ich euch aber hier an Dosen-Dingern und Eins, zwei, drei, vier, fünf Ja, und ein Dosenbier, sechs Das siebte habe ich jetzt da stehen Und, äh, ich bin kein Alkoholiker, Alter Ich trinke erst da zwei Stunden Aber dann kann man sich auch mal schnell abschießen Äh, ja, wie gesagt, dann gucken wir mal, was gleich diese Ausstellung macht Jetzt kommen hier noch mehr Alkoholiker, ich muss ausmachen So, das hier wollte ich nur zeigen Ja, das heute und, äh, keine Ahnung, was, äh, ich muss pusten Ich guck mir das gleich mal an Wie gesagt, die Street-Out-Galerie war früher auch mal am Hängen und Halse und, äh, der Bremer uns aber, der macht mir ja keine Ansage, der hat ja letztens schon gnadenlos versagt und, äh, Erdbeben, verfuckt, Alter, verfuckt nochmal Hier, Prostata Natürlich geil, sie sind gerade alle reingerannt Der Schall ist geil Hier, guck mal, so Live-Bilder Ah, die hätte man aber auch in schön machen können Das ist aber trotzdem geil Ich film das mal, ne? Geil, finde ich, so eine Installation ist natürlich geil Guck mal, alte Fernseher Ich guck gar nicht, was läuft Sondern ich guck mal an, was das für ein Fernsehgerät ist Geil, Alter Zwei mal Philips, einmal Toshiba, einmal Hanseatic, einmal Sonu Zwei mit vier, sechs Habe ich jetzt richtig gezählt? Ich weiß es nicht Wir gucken mal weiter, ne? Das ist echt geil Achso, und ansonsten Prostata Das ist jetzt das sechste oder siebte Ich zeig euch nachher wieder meine Thaler, die ich erworben hab Wegens Bier trinken Das ist geil, so was Ja, da könnt ihr schon mal wieder gucken Oh, wir haben auch schon mal gesquetscht Oh, hier, ich trinke mal Oh, geil Oh, ich muss schon wieder hier gucken, das ist so geil, Alter Das ist schön, Alter Das ist schön, Bruder sind geil Haha Ja, das quetschen wäre auch noch gut gewesen Aber morgen gibt's den zwar nicht Und dann wieder aufs Ja, wie es SNF wir Das ist schön, Bruder sind toll Das ist schön, daaty Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020